hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von johnny's world hier heute wieder aus dem klemmau stein wohnzimmer heute möchte ich euch ein kleines update geben zur causa copper und ftc hat sich nämlich einiges getan seit dem letzten video und ich muss sagen ich sehe da wirklich einen massiv hellen silberschein am horizont so schlimm wie wir alle gedacht haben wird es wohl nicht und zwar lässt mich dass hier diese verlautbarung der ftc vom 22 11 denken da hat nämlich die vizedirektorin die oder assistance directorin kirsten cohen ein blog eintrag auf dem ihrer internetseite gepostet wo die noch mal so ein bisschen auf die ganze sache eingeht und das hört sich alle schon erheblich harmloser an als wir das bis jetzt von youtube hier rübergebracht gekriegt bekommen haben ja und zwar haben die hier wirklich einiges an text geschrieben die wirklich wichtigen sachen sind aber hier dass die noch mal auf die regeln eingehen die ein video kind attracted oder kind directed machen und zwar wird hier gesagt the rules set to additional factors the ftc will consider in determining whether your content is child directed also anhand dieser regeln werden die entscheiden ob unser content hier für kinder ist oder nicht ja und da ist das dann einmal the subject matter also es geht um das ganze an sich ja und da kann man ja meistens schon sehen ist das wirklich ein kinder content oder nicht der zweite punkt ist visual content also der content den man dort sieht aber auch da gehen die gleich noch mal wieder drauf ein und rudern stück weit zurück ja und dann the use of animated characters or child oriented activities and incentives ja das heißt also wenn da irgendwelche animierten charaktere oder sowas drin vorkommen in den videos und so dann kann es vielleicht sein dass es kinder content ist aber auch da gibt es gleich noch mal wieder eine einschränkung zu ja the kind of magic or other audio content ja das heißt also wenn wir da irgendwie musik drin haben in den videos die wirklich sehr child appealing sind also irgendwelche kinderlieder oder irgendwie sowas dann ist die wahrscheinlichkeit recht hoch dass es sich um kids content handelt aber auch das ist kein endgültiger faktor dann haben wir the age of the models damit bin ich raus also ich fall ganz klar und da die unter die kategorie alter sack ja also alt aus hat nichts mehr mit kindern zu tun ja dann the presence of children's celebrities or celebrities who appeal to children also es geht nicht darum dass das allgemein irgendwelche stars oder bekannten sind es geht darum ob es kinder stars sind oder stars sind die stars sind weil sie direkt auf kinder abzielen ja also fällt da jetzt gar nichts ein bibis beauty palace ich weiß es nicht aber also es geht hier wirklich vielleicht der benny von 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 kika oder irgendwie sowas na also wirklich stars die speziell für kinder sind darum geht es da ja dann language or other characteristics on the side also ist es eine sprache die speziell auf kinder abgestimmt ist also das grenzdebile was viele erwachsenen auf einmal an tag legen wenn sie mit kindern sich unterhalten als wenn sie mit einem 90 jährigen grenzdebilen sprechen würden dieses laladudu ojo pokuma ja sowas ist natürlich schon immer sehr verdächtig dass der content für kinder ist aber auch das sind alles keine sachen die wirklich abschließen das direkt abstempeln ja dann the weather advertising that promotes or appears on the side is directed to children ja da bin ich raus also auf meiner cola die ich ja hier manchmal trinke ja da steht sogar extra drauf für kinder und schwanger und still eine frau nicht empfohlen aufgrund der erhöhten koffein menge in diesem sinne post an dieser stelle sei noch mal gesagt ich kriege hier kein geld für das ich die hier trinke ich mag die einfach nur gerne und dann kommt wirklich das wirklich richtig 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 wichtige und zwar kompetent or reliable empirical evidence about the age of the audience das heißt es ist durchaus wichtig wer unsere channels guckt also habe ich hauptsächlich kinder zuschauer oder habe ich hauptsächlich zuschauer die 13 und älter sind und normalerweise sagt man ja relativ zuverlässige quelle für solche erhebungen sollte youtube sein witzigerweise haben die aber in ihrer erklärung verlautbaren lassen man solle sich doch bitte nicht auf die youtube analytics stützen bei der beurteilung was man so für zuschauer hat witzig wenn man sich nicht auf die daten von google und youtube verlassen kann ich meine das sind die größten datenkragen überhaupt und bei allen anderen sachen werden die von denen erhobene daten quasi als der heilige graal der wahrheit angesehen ja auf was denn dann bitte schön sonst dass die da zurückrudern kann ich durchaus verstehen und zwar geht es darum dass youtube ja nur angibt von 13 bis 18 und dann verschiedene alter stufen weiter drunter geben die ja gar nicht an weil und jetzt kommt ja die krux an der ganzen sache laut youtube regeln darf ja gar keiner unter 13 bei denen gucken aber da die ja kein wirklich funktionierendes altersverifikationsprogramm oder system in ihrem video plattform implementiert haben ist natürlich schwierig zu sagen ob das so stimmt was da erhoben wird auf anderer seite würde ich jetzt mal einfach so schwupp in den raum rein behaupten dass ein zehnjähriger der sich bei youtube anmeldet und beim ersten versuch merkt auch mit der wahrheitsgemäßen angabe meines alters komme ich nicht weiter und dann sieht was muss ich denn angeben 13 muss ich mindestens sein dann wird er nicht 50 angeben dann gibt er 13 oder 14 an weil normalerweise ist es so dass menschen immer so weit die wahrheit verbiegen bis sie das kriegen was er haben wollen und nicht weiter mal notorische lügner außen vor aber im normalfall wird die wahrheit nur so weit gebeugt wie es der ganzen sache gerade dienlich ist dann haben wir hier noch mal eine schöne einschränkung der der erste punkt der wirklich wichtig ist ist dass man direkt auf kinder abzielt dann ist man halt in dieser kopper geschichte drin dann gilt kopper für ein weil kopper gilt nur für content der sich für kinder der für kinder gemacht es sich an kinder richtet aber dazu auch gleich noch mal ein bisschen mehr und dann ist hier ein interessanter satz you're probably not covered unless your content is geared to words kids also das heißt so viel wie du bist wahrscheinlich nicht betroffen solange dein content nicht direkt auf kinder zugeschnitten ist ja und das ist bei den meisten sachen die momentan sich um ihre existenz fürchten und definitiv nicht der fall und gerade hier bei uns lego und klemmbaustein youtuber ist das auch nicht so zum einen sagen halt wirklich hier die youtube analytics bei den meisten channel betreibern nicht gesprochen habe dass das alter so irgendwo 98 prozent über 18 ist ja und zum anderen ist das meist nicht auf kinder zugeschnitten kinder wollen spielen die wollen nicht nur einfach sehen und erklärt kriegen was es da gibt ja klar ich sag mal ein 10 bis 12 jähriger für den ist fast alles interessant das bestimmt auch gucken will ich gar gar nicht abstreiten aber es ist halt nicht wirklich für kinder gemacht es ist doch wirklich mehr für den erwachsenen klemmbaustein nutzer und nicht für kinder und das gleiche gilt zum beispiel bei let's plays oder sowas ja klar haben die bestimmt auch einen großen anteil an zuschauern die im jugendbereich sind aber wie viel davon wirklich kinder sind ist natürlich noch so eine sache weil die meisten zehnjährigen werden wahrscheinlich gar nicht das handy so lange in der hand kriegen um da große mengen von zu gucken hoffe ich jedenfalls dann geht es hier noch mal weiter auch weiter mit interessanten sachen und zwar zu dem punkt hier mit den animierten figuren und so was und da steht halt weil many animated shows are directed to kids the ftc recognize that can be animated programming that appeals to everyone also denen die schreiben hier der ftc ist bewusst ja zeichentrick und animierte geschichten sind eigentlich hauptsächlich für kinder aber es gibt da auch definitiv sachen die für jeden interessant sind oder sogar nur für erwachsene also ich sag mal faust park zum beispiel klar ist eine zeichentrick serie aber ich würde es meinen achtjährigen so nicht gucken lassen man muss natürlich jedes elternteil selbst entscheiden aber prinzipiell ist das mal erst mal nichts was sich an kinder richtet und dem tragen die rechnung das wissen die und darauf werden die auch bei der beurteilung der channels und der videos achten also die ftc ist nicht so von wegen jetzt hier bumms jetzt so ist das gesetzt und das wird jetzt eins zu eins durchgesetzt nee nee die machen sich schon bewusst dass das ein bisschen diffiziler ist ja die machen sich das nicht so einfach wie mancher video plattform betreiber und dann auch noch interessant hier viele haben ja angst gekriegt aufgrund der strafe die da im raum geschwebt ist diese 42.530 dollar die pro fall also pro falsch eingestelltes video fällig werden können das ist aber die höchststrafe das ist kein es wird definitiv das und das fällig das ist nicht wie beim falsch parken und sondern und das ist auch interessant hier schreiben sie nämlich es wird dabei berücksichtigt including a company's financial condition and the impact of a penalty could have on its ability to stay in business das heißt die werden wenn strafen aussprechen die zwar wehtun aber nicht dafür sorgen dass man pleite geht und ruiniert ist das wollen die gar nicht sie wollen dafür sorgen dass man ein bisschen schiss davor hat und sich an die ganze sache hält aber die wollen eigentlich ruinieren also die ftc ist jetzt nicht die böse bundesorganisation die alle platt machen will die wollen einfach nur dass ein bundesgesetz eingehalten wird und das war's und jetzt wird es interessant es ist nämlich ein bundesgesetz ein us bundesgesetz und das betrifft uns erstmal was strafen angeht hier in europa gar nicht also die ftc kann us amerikanische content creator belang aber nicht uns deutsche definitiv nicht wir können auch nicht abgemahnt werden von irgendwelchen anwälten weil ausländisches recht ist in deutschland nicht abmahnfähig ich habe mit mehreren anwälten darüber gesprochen das ist einfach so also da braucht man keine angst haben das einzige was uns hier in europa passieren kann ist dass youtube uns einen überbrät aber auch dazu gleich noch ein bisschen mehr ja dann ist noch ganz witzig hier der 9 dezember wird hier als final date quasi angekündigt und bis dahin wird die ftc hier steht es als evaluating the rule in the light of rapid changes in technology das heißt die werden versuchen bis zum 9 dezember dieses von 1998 erstellte gesetz die copper mit dem momentan existierenden technischen begebenheiten und wirklichkeiten in einklang zu bringen das heißt die werden nicht da stumpf nach wortlaut des gesetzes gehen sondern die werden das schon so anwenden dass das auf die heutige situation auch übertragbar ist und da sieht man hier dieser text der bringt eigentlich ganz klar hervor die ftc ist hier nicht der böse die ftc ist einfach nur eine bundesbehörde in den staaten die ein bundesgesetz in den usa zu überwachen und durchzusetzen hat und die ihren job macht ja und das so wie sich das hier liest gar nicht mal schlecht die machen sich wirklich die mühe und gucken halt wenn einer bockmist gemacht hat wie hoch können wir den denn bestrafen dass er hier nicht finanziell über die klinge springt die werden wirklich sich die mühe machen zu beurteilen ist das ganze einfach nur für kinder oder ist es für erwachsene mit kindlichem gemüt der beispiel ist da zum beispiel beispiel ist da zum beispiel der recht bekannte und weit verbreitete channel dude perfekt wir haben mehrere millionen abonnenten und das sind halt erwachsene junge männer die geilen scheiß entschuldigung anders kann ich das nicht nennen mit sachen machen die teilweise auch kinderspielzeug sind wie nerfs skateboards frisbees weiß der geier was ja und das ist halt content der spricht sowohl ältere kinder als auch erwachsene bis ich sag mal in die 80er jahre rein an also nicht 80er jahre geburt sondern 80 jahre und älter als einfach so cool ist was die da machen und machen wir uns nichts vor die alten leute heutzutage sind auch jung geblieben von daher ja also von da das sieht schon mal alles nicht so schlimm aus wie bisher gedacht haben dann kommt dazu für uns jetzt hier in deutschland dass wir uns ja nach dem richten müssen was youtube uns hier auf unserer deutschen seite erklärt weil die können ja nicht einfach davon ausgehen dass jeder content creator in deutschland so gut englisch kann dass er sich hier wirklich diesen text und die anderen texte von denen durchliest zumal das wirklich lang ist das copper gesetz für uns gilt das was wir hier von denen bereitgestellt kriegen und da steht halt hier das ändert sich in den kommenden monaten du musst angeben ob deine inhalte für kinder erstellt wurden das war halt dieses was dann oben im youtube studio drin war wo man sagen musste ist speziell für kinder ist nicht speziell für kinder und dann ist hier worauf man das festmachen kann und da ist der erste punkt darstellung von kindern oder kinderfiguren da sind wir als klembaustein youtuber raus weil wir zeigen keine kinder wir zeigen keine kinderfiguren bei kindern beliebte sendungen oder animierte figuren kommen bei uns eigentlich auch nicht vor vielleicht so ein bisschen im lizenzbereich von lego da kann man dann vielleicht mal in die lage kommen dass man vereinzelt das ein oder andere video dann kennzeichnen muss aber im großen und ganzen eigentlich auch nicht ja und dann kommt es hieß ja sobald kinderspielzeug drinne vorkommen ist das attracted to children appealing to children aber nicht nach dem deutschen wort laut weil hier ist das einzige mal das kinderspielzeug und damit halt unsere klemmhaus stein und lego erwähnt werden dieser satz hier schauspielerische darstellung oder geschichten bei denen kinderspielzeug zum einsatz kommt also schauspielerisch spielerisch beispiel ja wir haben hier skeletor und he-man im epischen und ewig wehrenden kampf gut gegen böse um die macht über eternia das wäre kinder content aber wenn ich die einfach nur hier stehen habe weil die mich an meine kindheit erinnern und ich die cool finde und froh bin dass super 7 wieder eine neue serie herausgebracht hat wo ich die zu halbwegs gescheiten preisen wieder neu kaufen kann dann ist das kein kind content ja und dann haben wir als weiteren punkt kinder als hauptfiguren beim normalen spiel wie etwa bei schauspielerischer darstellung oder beim freien spiel ich zeige prinzipiell keine kinder weder meine noch irgendwie andere also ist das auch raus ja und dann bei kindern beliebte lieder geschichten oder gedichte ich werde einen scheiß tun hier bb bloxberg titelmelodien oder irgendwie benjamin blümchens titelmelodien oder sowas zu spielen nicht mal irgendwelche kinderlieder werde ich selber singen weil meine stimmen ist ganz ganz fürchterlich und das wird wahrscheinlich bei den meisten leuten auch so sein ich singe wenn überhaupt nur unter der dusche und da lasse ich keine kamera laufen das tue ich keinem an von daher bin ich auch da raus und jetzt kommt es richtig cool du kennst deine zuschauer am besten deshalb fragen wir ja auch dich ob deine videos für kinder gedacht sind die fragen mich ob meine videos für kinder gedacht sind sind sie nicht hey thema durch meine videos sind nicht für kinder gedacht das ist das was youtube uns hier in deutschland sagt und damit sind wir hier in dem ganzen klemmbaustein community bereich eigentlich raus aus der ganzen geschichte und ich denke mal damit kann man dann auch argumentieren und das nimmt man eine menge druck vom kessel da brauchen wir uns wirklich nicht mehr die hose nass machen ja also im großen und ganzen würde ich jetzt aus der ganzen sache sehen es geht weiter wie bisher wir gucken halt immer jedes video einmal ist da was extrem kinderlastiges drin wenn nein und alles ist gut ja also den channel würde ich auf keinen fall auf channel für kinder setzen die konsequenzen sind zum einen irre und laut dem was hier momentan von uns an uns herangetragen wird ist es auch gar nicht nötig dann komme ich noch mal hier auf dieses vom anfang erwähnten video vom einen korsen hin vom 23.11 und zwar sagt er in diesem video ich habe einen geheimen anruf von einem anonymen mitarbeiter von youtube bekommen der gesagt hat dass er irgendwo in den höheren rängen von youtube arbeitet aber anonym bleiben will weil er hier was aufdenken will whistleblower ob das wirklich so ist oder nicht völlig wurst egal lassen wir ihm seinen dramaturgischen auftritt hier diesem ihren korps sind faktisch jedenfalls er hat sich einfach das gesetz noch mal genauer angeguckt und hat dabei festgestellt dass die ftc mixed content berücksichtigt mixed content ist halt content der sowohl von kindern als auch von erwachsenen geguckt wird und in dem copper gesetz wird das auch ganz klar unterschieden es gibt einmal kinder content es gibt mixed content und es gibt content für erwachsenen youtube lässt uns aber nur die wahl ist für kinder ist nicht für kinder warum hat youtube diese dritte und wichtige meiner meinung nach sehr wichtige möglichkeit nicht implementiert weil es ganz einfach ist copper sagt halt oder die ftc sagt wenn jemand content für diesen mixed audience macht man muss einfach nur sicherstellen dass das meiste was da dieses guckt wird was diesen content schaut halt nicht von kindern ist und da muss man sicherstellen dass das was an kindern diesen content anguckt oder wie auch immer keine daten darüber erhoben werden um das aber sicherzustellen müsste youtube ein altersverifikationssystem einführen da hat youtube aber kein bock drauf zum einen kostet eine menge geld und zum anderen hieße das man müsste sich bei youtube anmelden um youtube gucken zu können damit würden alle die wegfallen die bis jetzt bei youtube zuschauen ohne angemeldet zu sein und es würden auch ein ganzer teil kinder wegfallen die momentan halt sich einfach als 13 oder 14 jährige ausgegeben haben obwohl sie eigentlich erst zehn sind weil es ja so einfach ist ist ja wie auf den porno seiten die fragen dich auch einfach mal nur bis 18 jahren nein und wenn du dann auf nein klickst kommst du disney.de und wenn du ja sagst kommst du halt zu den hupen ja ich meine wenn lügen so einfach gemacht wird machen das halt auch gerne viele ist kommt ja youtube auch sehr zu trage dass das so gemacht wird weil dadurch eine erheblich höhere zuschauerschaft generiert wird und deswegen haben die gar keinen bock auf diese dritte möglichkeit weil das nämlich eine action von ihnen erfordern würde und nicht von uns content creator ja aber die haben sich da entschieden nee wir lassen das lieber so und es hat auch einen zweiten grund warum die diese dritte diese zweite möglichkeit weggelassen haben bei der die aktiv werden müssen und zwar nehmen die uns content creator und euch zuschauer in geiselhaft die hoffen darauf dass es einen richtig dicken shitstorm gibt und dass die ftc so richtig durchgerüttelt wird damit die dann hinterher wie ein geprügelter hund einknicken und sagen ja okay wir können das ja noch noch ein bisschen anders machen so dass youtube sein geschäftsmodell schön weiter gewinnbring durchziehen kann das heißt im endeffekt youtube hat jahrelang gegen das gesetz verstoßen und versucht jetzt uns die nutzer von youtube ob als zuschauer oder als content creator in geiselhaft zu missbrauchen um die regierungsbehörden dazu zu kriegen das weiterhin zuzulassen also der böse ist hier nicht die ftc ist einfach so ja abschließend gilt für mich ach so ja hier wer gucken möchte wo das drin steht mit dem mixed audience ja das ist übrigens der code of federal regulation sektion 3 1 2.2 da wird das aufgeführt dass es mixed audiences gibt ich verlinke euch auch noch mal die verschiedenen sachen auf die ich mich hier bezogen habe unten im video ja also meine schlussforderung aus dem ganzen gesammel was ich hier gerade vor mir gegeben habe ist folgendes ist ein video also jetzt hier für deutschland ist ein video nicht speziell für kinder juckt dich das ganze nicht fertig was anderes steht hier nicht drinne was anderes wird hier nicht gesagt guckt in eure zuschauer als statistiken rein grob über den daumen macht eine umfrage bei euren zuschauern schaut was dabei rumkommt und danach könnt ihr beurteilen seid ihr betroffen oder nicht meine meinung wie schon gesagt verlasst euch nicht drauf kein gewehr recherchiert selber benutzt euer hirn macht eure eigenen gedanken ich jedenfalls werde dazu wer habe ich dazu entschieden ich werde meinen channel weiter als nicht speziell für kinder laufen lassen ich werde einfach jedes video einmal kurz nach diesen richtlinien grob überfliegen und werde dann entscheiden ist es kinder content oder nicht und machen uns nichts vor bei mir sind es dann irgendwie 99, periode 9 prozent nicht für kinder da soweit dazu ich hoffe ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt hier mit der ganzen geschichte fakt ist jedenfalls da ist echt massiv viel licht am ende des tunnels und ich mache mir nicht mehr ansatzweise die sorgen und die ängste die ich noch vor ein paar wochen wegen der ganzen geschichte habe ich glaube es wird uns nicht allzu sehr betroffen betreffen ich glaube es ist ein sturm im wasserglas und ich glaube es wird im großen und ganzen gerade hier bei uns in der klemmbaustein community weitergehen bisschen wie bisher ja in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag wir sehen uns bis bald tschüss